Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1386. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Weil wir in einem effizienten Team arbeiten, können wir Höchstleistungen erbringen. Weil wir in einem effizienten Team arbeiten, können wir Höchstleistungen erbringen. Es ist soweit. Ich habe den Schlüssel. Morgen kann ich in meine neue Wohnung einziehen. Es ist soweit. Ich habe den Schlüssel. Morgen kann ich in meine neue Wohnung einziehen. Es ist soweit. Ich habe den Schlüssel. Morgen kann ich in meine neue Wohnung einziehen. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Denke daran, dass morgen die Schule wieder beginnt. Hast du alle Bücher und Hefte in deinem Rucksack? Denke daran, dass morgen die Schule wieder beginnt. Hast du alle Bücher und Hefte in deinem Rucksack? Wir sind drei Sängerinnen aus Deutschland und haben zehn Auftritte im Monat. Ich mache die Scheiben vom Schnee frei. Dann können wir gleich losfahren. Warum trägt dein Hund eine Brille? Kann er schlecht sehen? Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Das ist sehr überraschend für mich. Ich hätte das nicht gedacht. Das ist sehr überraschend für mich. Ich hätte das nicht gedacht. Das ist sehr überraschend für mich. Ich hätte das nicht gedacht. Die Holzhütte muss entweder repariert oder abgerissen werden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe mein Team aus den zahlreichen Bewerbern selbst zusammengestellt. Ich habe mein Team aus den zahlreichen Bewerbern selbst zusammengestellt. Ich betreibe ein kleines Bistro und denke mir immer neue Gerichte für meine Gäste aus. Der Weg war zu weit für mich. Am Ende war ich völlig erschöpft und hatte Blasen an den Füßen. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust- und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? In der Frauengruppe treiben wir Sport und unterhalten uns über unsere Familien und das Tagesgeschehen. In der Frauengruppe treiben wir Sport und unterhalten uns über unsere Familien und das Tagesgeschehen. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Ich bemühe mich, aber ich kann nichts in der Ferne sehen. Ich bemühe mich, aber ich kann nichts in der Ferne sehen. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.